Polkass, wollen wir mal anfahren. Haben eben noch eine Operatur gemacht an einem Fahrrad. Eine ältere Dame, etwas älter als ich. Die hatte da eigentlich ein Tacho gegen mich. Was wichtig ist, habe ich dann. Aber auch nicht hingekriegt, weil die Batterie alle war. Von den Magnethebeln, das ist Kolker jetzt. Jetzt, den Kreis wird er an der ersten Ausfahrt verlassen. Ja, Zentrum, das ist jetzt am Strand und sowas anders. Jetzt rechts. In einem Kilometer haben Sie Ihr Zwischenziel erreicht. Ja gut, muss aber locker aufkommen. So geil. Ja, ist okay. Volker. Ja. Ganz schön weit gefahren. Heute haben wir da einen Reifenwechsel in den Zentrum. Einmal. Ja. So. Das ist jetzt heute drin. Halten jedenfalls. Hier ist Obenkirchen. Zwei Kirchen hier im Zeitpunkt. Da geht es direkt an der Ausfahrt. In 300 Metern haben Sie Ihr Zwischenziel erreicht. So. So. Das ist jetzt. So. Wenn wir den Reifenwechsel machen, Nein. Nein. Sie haben Ihr Zwischenziel erreicht. So. Holzhaus ist das mit dem Ziel. Ich habe das mit dem Volkers. Was? Das muss vermitteln. Das kommt ja auch. Ja. Das ist jetzt auch. Na, das muss man auch mit. Danke. Auch wenn es wieder passiert ist. Wieder werden. Der Hochschlag. An der Tankstelle haben sie den Punkt, glaube ich, meiner Schwester überlassen, dass die Schnee natürlich verrückt ist. Und dann hat er so drei Wochen auf den Teppich geschissen und einfach weggelaufen. Und dann hat er das gemacht und so gut was. Hallo, wir sind jetzt im Vollkampf. 60 Kilometer der Straße, Freude. 60 Kilometer entlang der Bus. Das ist schon mal eine Hausnummer. Dann öffne ich jetzt den Zyklen. Moment, bitte kommen wir jetzt. Oh, wird ja wohl irgendwie in die Tau. So, in die hier kannst du ja kaufen. Das ist schon mal so eine Kurve. Aber hier auch nicht überall einzelne Häuser, sondern mehr familiäre Situationen. Das ist letztlich ein Fini. Jetzt wo wir mit da fahren. Ja, wir sind aber in der Richtung. Ja, wir sind da rein. Als er versteht, ist es in der Richtung. Aber die muss man sehen. Nein, wir können jetzt den Zugabend haben. Und wir können jetzt den Zugabend hin. Aber die müssen ja nur dann weg. Die sind ja so in der Richtung geplant. Die sind der Zugabend! Ah, das war's auch gut. und dann auch noch so weit und dann auch noch was auf jeden Fall haben wir jetzt eine gute Fahrtrufe, die wir zu uns geredet haben und weiter vor Schuss über die Tunde Untertitelung des ZDF, 2020 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 jetzt jetzt nochmal das aussprechen jetzt ausgefahren scharfer scharfer des Hauptsatzes Sahle Sahle weißt du es richtig scharf und schlicht Klasse 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 Silberne Klasse 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 K Einkommen Klasse 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 Die Linie ist aber super schön neu Ja, das ist gut. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Klaas und Kempf 2. C C C E E E Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020